Servus liebe Whisky-Freunde. Heute wollen ein paar Kumpels und ich in meiner Restekiste wühlen und ein paar Sample-Reste durchprobieren. Ich habe hier eine Kiste zusammengestellt mit Stoff. Man sieht es vielleicht, es ist ziemlich voll. Mit den verschiedensten Samples, da sind durchaus ein paar feine Sachen dabei, zum Beispiel Glendronach 21 Parlament oder Glen Ellachy 15. Was haben wir denn noch? Ah, schau an, Yamasaki 12. Da habe ich zwar auch eine Großflasche, aber das ist noch ein Rest-Sample. Was haben wir denn noch? Smoke Hat haben wir hier ein paar Reste. Wir haben Tomaten, Masala-Wein, 11 Jahre alt, den Inchfad vom, ja genau, Pethok, Lochlammernd Inchfad im Souterne-Finish, also durchaus feine Sachen. Und damit ihr auch mal seht, mit wem ich das so mache, zeige ich euch einmal kurz, wer so alles da weiß. So, also hier drüben sitzt, äh, äh, hm, aber, aber da, da sitzt, äh, ja, puh, ähm, da, na, na, da sitzt auch keiner. Aber, da solltet ihr doch, und da, und da solltet ihr doch eigentlich auch. Wer kennt das Problem? Man lädt ein, weil man weiß, dass man an diesen Tagen sturmfrei hat, freut sich über Rückmeldungen, kriegt von drei Leuten mit Rückmeldungen, zwei die Gleisungen, sie können nicht, einer der sagt, er kommt, der sich dann gestern noch entschuldigt hat, das ist ja völlig in Ordnung, ja, da gibt's familiär was zum tun, ist alles easy. Aber der Rest aus meiner Whisky-Gruppe, nicht eine Rückmeldung mehr. Tja, das ist schön, hätte mir gefallen, halt. Tja, Untertitelung des ZDF, 2020